Hallo zusammen, mein Name ist Jonas Lerch. Ich bin im ersten Lehrjahr als Gussformer bei der Firma Nussbaum und heute zeige ich euch einen kleinen Einblick in eines der ältesten Handwerke, die es gibt. Die Firma Nussbaum ist ein sehr moderner und familiärer Betrieb, den es schon über 100 Jahre gibt. Ein Gussformer stelle unter anderem auch Samtformen her, das Metall verschmelzen, dass es nachher in die Samtformen gegossen werden kann und am Ende die Gussteile sauber verschleifen. Die Voraussetzungen, die man für diesen Beruf mitbringen muss, sind Freude am handwerklichen Arbeiten, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, ein gutes technisches Verständnis und ein gutes Durchhaltevermögen. In der Schule sollte man gut sein in den Fächern Physik, Chemie und Technisches Zeichnen. Was mir besonders an diesem Beruf gefällt, ist die Vielseitigkeit, er ist nicht alltäglich, er hat gute Weiterbildungsmöglichkeiten und er ist sehr gefragt. So, das war jetzt ein kleiner Einblick in meinen Berufsalltag als Gussformer. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch jetzt. Bis zum Schluss! Untertitelung des ZDF, 2020